In den Bundesländern gibt es anhaltende Widerstände gegen das dritte Entlastungspaket der Ampelkoalition. Bemängelt wird vor allem eine fehlende Abstimmung des Bundes mit den Ländern bei der Finanzierung der einzelnen Entlastungsmaßnahmen. In der jetzigen Form ist das Entlastungspaket keinesfalls zustimmungsfähig, sagte beispielsweise Bayerns Ministerpräsident Markus Söder der Welt am Sonntag. Zuvor hatte auch schon Baden-Württemberg mit einem Nein im Bundesrat zu Teilen des Maßnahmebündels gedroht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017